Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute möchte ich zur Feier des Tages, zur Feier des neuen Jahres, dir wieder eine Meditation zur Verfügung stellen. Und zwar eine Meditation, die dir helfen kann, eine neue Gewohnheit in deinem Leben zu etablieren. Denn wenn wir unser Unbewusstes mit reinnehmen auf unserer Reise zum Ziel, dann gelingt es viel leichter. Hierbei ist es ganz egal, welche Gewohnheit du vielleicht etablieren möchtest oder was du vielleicht lassen möchtest in deinem Leben. Es hilft dir, wenn du mehrmals diese Meditation dazu hörst. Es ist auch, wenn wir ganz ehrlich sind oder es genauer nehmen, keine richtige Meditation. Es ist eigentlich eine Mentaltrainingsübung. Das heißt, dass wir mit deinem Unbewussten in Kontakt gehen und dein Unbewusstes davon überzeugen, dass es sinnvoll ist und dich glücklich machen wird, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Überleg dir also zu Beginn gerne, was du in deinem Leben ändern möchtest, welche neue Gewohnheit du etablieren möchtest oder was du vielleicht lassen möchtest. Und dann kann es auch schon losgehen mit dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, es ist sinnvoll, diese Folge mehrmals zu hören. Ich würde dir empfehlen, sie eine Woche lang einmal am Tag anzuhören und zwar mit vielen Gefühlen zu bestücken. Das heißt, dass du nicht nur einfach hörst und so ein bisschen mitgehst, sondern dass du mit einer großen Freude dabei bist, dass du dich sozusagen innerlich auflädst. Denn je stärker dein Gefühl ist, desto mehr hat dein Unbewusstes den Eindruck, dass es total sinnvoll ist, dem zu folgen. Also lade dich gerne mit positiven Gefühlen auf während dieser kleinen Reise. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Mach es dir einmal ganz bequem. Setze oder lege dich hin. Atme tief ein und aus in deinem eigenen Tempo und schließe deine Augen. Vielleicht merkst du, dass du dich mehr und mehr entspannen kannst, dass sich auch dein Körper mehr und mehr entspannt. Denn heute möchten wir ja eine Gewohnheit in dein Leben bringen oder ändern. Und sicherlich hast du dir über diese Gewohnheit schon Gedanken gemacht. Und du weißt, dass du dein Unbewusstes besonders gut erreichen kannst, wenn du dich tief entspannst. Das Gute ist, dass du dich dafür überhaupt nicht anstrengen brauchst, sondern es geschieht ganz von allein. Du mehr und mehr bei dir ankommst. Denn du möchtest dir etwas Gutes tun, dir diese Zeit und Aufmerksamkeit einmal schenken. Und vielleicht merkst du schon, dass sich dein Gesicht zu entspannen beginnt. Deine Muskulatur ganz weich wird. Und wie eine warme Welle fließt nun diese Entspannung über deinen Nacken auch in deinen Schultergürtel. So angenehm hier einfach mal loszulassen. Dein ganzer Körper darf sich nun entspannen und einlassen auf diese mentale Reise, die dir gut tun wird, die dein Leben positiv beeinflussen wird. Und je mehr du dich nun entspannst, wohlfühlst, loslässt, desto klarer wird auch das vor deinem inneren Auge, was du verändern möchtest in diesem Jahr, was du dir vorgenommen hast. stell es dir einmal vor deinem inneren Auge vor, fast so, als könntest du dich selbst von oben sehen, wie du dich verhalten möchtest. diese neue Gewohnheit. und wenn du dich so von oben siehst, mit dem Verhalten, was du dir wünschst, dann achte einmal auf dein Gesicht, wie glücklich du aussiehst. wie glücklich du aussiehst, während du das machst, was du machen möchtest, deine neue Gewohnheit. vielleicht siehst du dich sogar lachen dabei. Und stell dir einmal vor, dass du diese Gewohnheit das ganze Jahr über praktizierst. Im Frühjahr, wenn alles anfängt zu blühen. und auch im Sommer, wenn es warm ist. Im Urlaub. Und vielleicht hast du den Eindruck, dass du immer glücklicher und glücklicher aussiehst, je länger du diese neue Gewohnheit durchführst. Wie es sich so ganz natürlich anfühlt in deinem Alltag. Auch im Herbst fühlt es sich gut an. Es sieht gut aus, wenn du dir das von oben anschaust. Und auch im Winter. Diese Gewohnheit ist fester Bestandteil deines Lebens geworden. Und nun siehst du dich um die Weihnachtszeit irgendwo sitzen, wo du dich wohlfühlst und es bequem hast. Du siehst dich von oben sitzen. Du siehst, wie du lächelst, deine Augen geschlossen hast. und wie du stolz bist, weil diese Gewohnheit, die du dir heute überlegt hast, wirklich Bestandteil wurde deines Alltags in diesem Jahr. Wirklich Teil deines Lebens wurde. und wie sehr dich das erfüllt und dein Leben bereichert. Nun ist es so, als könntest du in dich hineinschlüpfen, in diese Person hinein, die du selbst bist, die da sitzt, in einem Jahr. und du spürst, wie stolz du darauf bist, dass du diese Gewohnheit in dein Leben hast integrieren können. Wie fühlt es sich an, wenn du in einem Jahr da sitzt und so auf das vergangene Jahr zurückblicken kannst? Und nun stell dir einmal vor, dass du auf einen Zettel schreiben kannst, was du dir wünschst. Das Verhalten, die Gewohnheit, die du dir wünschst. Du schreibst auf den Zettel das Jahr und du schreibst in der Form der Gegenwart. Also ich mache im Jahr das und das. Schreibe es so genau wie möglich auf. Schreibe nicht ich will oder ich werde, sondern dass du es jetzt schon tust. und wenn du magst, dann sprich mir jetzt nach. Ich erlaube mir, diese Gewohnheit in meinem Leben zu etablieren. Ich erlaube mir, mir selbst Gutes zu tun. Mir selbst die beste Freundin der beste Freund zu sein. Denn ich weiß, dass diese Gewohnheit gut für mich ist. jetzt danke es ist geschehen. Und atme noch einmal tief durch die Nase ein und denke das Wort ja. Atme aus und denke das Wort danke. Und vielleicht merkst du schon, dass du mehr und mehr zurückkommst in diesen Augenblick und an diesen Ort, an dem du jetzt gerade liegst oder sitzt. Du kannst dich anfangen zu bewegen, dich vielleicht recken und strecken, mehr und mehr zurückfinden in diesen Augenblick. und wenn du magst, kannst du jetzt die Augen öffnen, dich einmal umschauen an dem Ort, an dem du gerade bist. Einmal aufstehen und nimm dir nun einen Zettel und einen Stift und schreib die neue Gewohnheit so auf, wie du es dir gerade vorgestellt hast. Und wenn du magst, dann häng dir anschließend diesen Zettel irgendwo hin. Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Folge mit dieser Meditation, die eigentlich eine Mentaltrainingsübung ist. Und ich hoffe, dass es dir gut gefallen hat, dass du eine schöne, stärkende Gewohnheit in dein Leben integrieren kannst. Damit, wie gesagt, wiederhol das gerne mindestens sieben Tage hintereinander, also jeden Tag einmal. Und du kannst es auch gerne ja noch ein bisschen länger machen, aber ich würde es dann auch irgendwann loslassen. Also jetzt nicht das ganze Jahr jeden Tag machen oder so, sondern eigentlich in der Regel reicht es, wenn man das sieben Tage lang macht. Und dann wünsche ich dir natürlich mit deiner neuen Gewohnheit alles Gute und viel Freude und dass es dich auch wirklich glücklich macht in diesem Jahr. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, du das Gefühl hast, jemand anders möchte vielleicht auch eine gute Gewohnheit in seinem Leben etablieren, dann empfehle doch gerne diese Folge weiter. Und ich freue mich, wenn du mir auf Instagram schreibst, unter der heutigen Podcast-Folge, und vielleicht sogar aufschreiben magst, welche Gewohnheit du in diesem Jahr für dich integrieren möchtest in dein Leben. Und das hat tatsächlich auch eine ganz tolle Wirkung. Denn in dem Moment, wo du das aufschreibst und sogar mit einer breiten Öffentlichkeit teilst, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal größer, dass du es auch wirklich durchziehen kannst und es dir Freude macht und dich daran erinnert. Hier habe ich ja wirklich etwas mir vorgenommen und das ist natürlich dann ja auf jeden Fall hilfreich für das Jahr, was jetzt vor dir liegt. Ich wünsche dir natürlich ein wunderschönes neues Jahr und alles Gute bis bald Deiner Christine Deiner Christine Deiner Christine Deiner Christine